Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Der Abgeordnete, der in seiner Funktion für wichtige politische Entscheidungen verantwortlich ist, sieht sich laut Berichten einer wohlgeplanten Kampagne gegenüber, die darauf abzielt, geheime Informationen zu erlangen und persönliche Daten zu kompromittieren. Nach Informationen von Sicherheitsbehörden zeigt sich ein Trend, dass Cyberkriminelle gezielt hochrangige Entscheidungsträger ins Visier nehmen. Diese Entwicklungen seien gefährlich, da sie nicht nur das individuelle Sicherheitsniveau betreffen, sondern auch das Vertrauen in die Institutionen untergraben können. Experten betonen, dass die Angriffe häufig über Phishing-E-Mails und betrügerische Webseiten stattfinden, die wie vertrauenswürdige Quellen aussehen. Der Abgeordnete-Politiker würde der Meinung sein, dass solche Attacken nicht nur seine Privatsphäre verletzen, sondern auch eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Zusätzlich berichten Insider, dass bereits mehrere ähnliche Fälle bekannt geworden sind, in denen andere Abgeordnete ebenfalls Ziel solcher Angriffe waren. Die Vorgehensweisen wären meist sehr ähnlich und richten sich nicht nur gegen Einzelpersonen, sondern auch gegen bürokratische Abläufe innerhalb der EU. Sicherheitsfachleute vermuten, dass hinter diesen Angriffen oft staatlich finanzierte Organisationen oder gut organisierte kriminelle Netzwerke stehen, die ein Interesse daran haben, politisches oder wirtschaftliches Kapital aus ihren Taten zu schlagen. Bei den Ermittlungen wurde herausgefunden, dass in den letzten Monaten immer mehr verdächtige Aktivitäten in der digitalen Korrespondenz des betreffenden Abgeordneten festgestellt wurden. Laut einer Analyse seien etliche E-Mails als Phishing-verdächtig eingestuft worden. Kriminalbeamte haben bereits erste Maßnahmen zur Überwachung und Prävention angestoßen, um die Sicherheit des Politikers zu erhöhen. Der Abgeordnete erlaube sich jedoch nicht, die Situation auf die leichte Schulter zu nehmen, da er ein durchweg abgeschlossenes Netzwerk an Kommunikationsmitteln nutze, um seine Arbeit zu erledigen. Einige Politiker im Europäischen Parlament äußerten sich besorgt über die Folgen dieser Vorgänge und forderten eine umfassendere Analyse der Cybersicherheit innerhalb der EU. Sie würden anmerken, dass derartige Vorfälle nicht isoliert betrachtet werden dürfen, da sie ein repräsentatives Bild der Herausforderungen zeigen, mit denen heutige politische Akteure konfrontiert sind. Es wird davon ausgegangen, dass die EU-Präsidentschaft plant, verstärkt auf Cybersicherheit zu setzen und präventive Strategien zu entwickeln, um ähnliche Angriffe in der Zukunft zu vermeiden. Die Bedenken über die Sicherheit von Abgeordneten, Behörden und sensiblen Regierungsdaten werden von verschiedenen politischen Fraktionen geteilt. Besonders im aktuellen Kontext der geopolitischen Spannungen wird die Rolle der EU in der Cyberabwehr intensiver diskutiert. Einige Abgeordnete plädieren einem Bericht zufolge für eine stärkere Zusammenarbeit mit nationalen Sicherheitsbehörden und internationalen Organisationen, um ein besseres Zusammenspiel in der Bekämpfung von Cyberkriminalität zu erreichen. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die bereits etabliert sind, gibt es Forderungen nach Schulungen für Abgeordnete, um sie besser auf digitale Bedrohungen vorzubereiten. Ein Experte für Cybersicherheit erklärte, dass gerade das Bewusstsein und die Sensibilisierung für digitale Gefahren essentiell sein, um Präventivmaßnahmen zu stärken. Der Abgeordnete wird sich demnach möglicherweise von Fachleuten beraten lassen, um seine digitale Präsenz zu sichern und potenziellen Angreifern das Handwerk zu legen. Angesichts der sich ständig verändernden Landschaft der Cyberbedrohungen bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen und Strategien die EU veranlassen wird, um die Sicherheit ihrer Abgeordneten zu gewährleisten und das Vertrauen in die politischen Institutionen weiter zu stärken. Diese Entwicklungen sind nicht nur ein Alarmzeichen für die Abgeordneten selbst, sondern auch ein Weckruf für alle Institutionen des öffentlichen Sektors, die sich fortlaufend den Herausforderungen der digitalen Welt stellen müssen. Autor Anita Farke, Donnerstag 25, Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.